Hallo Susi. Vielen Dank für deinen tollen Podcast auf YouTube. Das ist für mich wie eine Therapie. Du bringst auf den Punkt, wie es mir gerade geht. Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich meinen Eltern, die leider zu denen gehören, die durch die fünf Antreiber mit mir sprechen, besser aus dem Weg gehen kann, ohne sie gleich total vor den Kopf zu gestoßen? Meine Mama hat leider Selbstdepressionen und ich will ihr nicht zu viel zumuten, aber mir sind Besuche bei ihnen gerade auch zu viel. Kleine Notlügen habe ich schon eingesetzt, aber ich kann mir nicht jedes Mal eine Ausrede einfallen lassen. Bei uns ist man nämlich sehr häufig mit der Familie zusammen. Und der Versuch zu erklären, was in mir vorgeht, ist kläglich gescheitert und nicht angekommen bei meinen Eltern. Ich will aber den Kontakt keinesfalls abbrechen. Falls du einen konkreten Praxistipp hast, wäre ich dir noch sehr dankbarer als jetzt schon. Ich weiß, davon kannst du dir jetzt auch nichts kaufen, aber danke. Mit freundlichen Grüßen, Nelly. Liebe Nelly, dass du deinen Eltern gesagt hast, wie du dich fühlst, war ein wichtiger und mutiger Schritt. Dass schwierige Eltern im ersten Moment nicht besonders einsichtig oder verständnisvoll reagieren, ist, zumindest von dem, was ich im Burnout-Universum bisher so gesehen habe, leider eher die Regel als die Ausnahme. Vielleicht haben sie mit noch mehr Vorwürfen, Ängsten oder schlimmer noch abwertend dir gegenüber reagiert. Oder sie haben beharrlich darauf gepocht, dass du einfach zu uneinsichtig bist. Du hast das Gefühl, dein Herz und alles, was du empfindest, wenn sie so mit dir reden, vor ihnen ausgepackt zu haben, hätte nichts gebracht. Aber dem ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Denn jetzt weißt du, dass sie gehört haben, wie du dich fühlst, wenn sie dich so behandeln. Nämlich schlecht. Und sie wissen es auch. Du hast ihnen gesagt, dass ihr Verhalten verletzend oder beängstigend für dich ist. Und sie haben dich gehört. Auch wenn sie dich nicht verstanden haben. Jetzt besteht Handlungsbedarf. Sie können sich entscheiden, wie sie mit dieser neuen Erkenntnis umgehen. Ob sie deinen Wunsch nach einem sanfteren Miteinander berücksichtigen. Und sie können darüber nachdenken, ob und wie sie anders und gesünder mit dir kommunizieren können. Oder zumindest darüber nachdenken, was du überhaupt meinst mit dem, was du zu ihnen gesagt hast. Naja, oder sie entscheiden sich dazu, deine Äußerungen und deinen Wunsch zu ignorieren. Es wird dich überraschen, aber wofür sie sich am Ende entschieden haben, ist eigentlich gar nicht so wichtig in diesem Moment. Wichtig ist, dass du dir im Klaren darüber bist, dass alles, was jetzt, wo du es ihnen erzählt hast, zu dir sagen, in dem vollen Bewusstsein passiert, dass es dich stört oder ängstigt oder verletzt. Vielleicht war ihnen das vorher nicht klar. Jetzt wissen sie es. Und wenn sie trotzdem weitermachen damit, anstatt nach einer besseren Lösung zu suchen oder danach, wie sie dich besser verstehen können, dann tun sie das bewusst, denn sie haben sich dazu entschieden. Sie haben sich also dafür entschieden, egal ob aus Faulheit, Ignoranz oder weil sie mit sich selbst nicht im Reinen sind. Du bist erwachsen und verantwortlich für die Dinge, die du tust. Den Weg, den du gehst und ob du dich mit dir selbst auseinandersetzt oder nicht. Und für sie gilt genau das Gleiche. Sie sind verantwortlich für die Entscheidungen, die sie treffen und die Dinge, die sie tun. Denn sie sind auch erwachsen. Und das sogar schon viel länger als du. Heute erfährst du von mir die drei Stufen der Abgrenzung, den Unterschied zwischen Machtspielchen und Grenzen setzen. Und du lernst Jochen kennen, der uns auf einer kleinen Tour durch einen Schrebergarten begleiten wird. Packen wir es an. In meinem Podcast geht es um dich und um deine Energie. Du hast gesagt, was gesagt werden musste, deinen Standpunkt klargemacht. Das muss reichen. Abgesehen davon, dass jeder seinen ganz persönlichen Zeitpunkt finden wird, um sich selbst zu erkennen und das Beste aus seinem Leben zu machen und natürlich auch das Recht dazu hat, seinen ganz persönlichen Zeitpunkt zu finden, kann man andere Menschen auch nicht zwingen, ihre alten Glaubenssätze und Überzeugungen einfach loszulassen. Da bilden auch deine Eltern keine Ausnahme. Auch sie haben ein Recht auf ihre ganz individuellen Erkenntnismomente, wann auch immer diese kommen mögen. Wenn sie jetzt also nicht begreifen oder nicht begreifen wollen, dass es euch allen etwas besser ginge, würdet ihr eure Umgangsformen untereinander nochmal überdenken, dann gibt es daran, auch aus Respekt vor deinen Eltern, nichts zu rütteln. Und jeder Versuch, ihnen deine Ansicht, deinen Weg, ihre Fehler zu erklären, wird nicht nur scheitern, sondern dich endlos viel Energie kosten, die einfach verpufft und nicht zu dir zurückkommt. Zumindest nicht als gute Energie. In dem Moment, in dem du siehst, dass sie dich nicht hören wollen oder sich nicht dazu entscheiden, etwas an ihrem Verhalten dir gegenüber zu ändern, obwohl es dich so verletzt, kannst du einen Punkt hinter dieses Thema setzen. Jede Diskussion, auf die du dich ab hier einlässt, ist verlorene Zeit, denn ihr lauft im Kreis. Apropos im Kreis laufen. Kennst du Schrebergärten? Große Gartengebiete mitten in der Stadt, wo du an deinem eigenen Garten unter Umständen noch drei andere Gärten angrenzend hast? Ich war als Kind ständig im Garten meiner Großeltern und heute gehe ich fast täglich in einer großen Gartenkolonie in der Nähe meines Büros spazieren. Für die Pächte sind ihre Gärten ein kleines Stückchen freier Boden, auf dem sie gestalterisch tätig werden können. In dieser Sparte wirkt kein Garten wie der andere, aber viele von ihnen sehen wirklich hübsch und einladend aus und im Sommer machen die Besitzer den Eindruck, als ob sie sich recht wohl fühlen in ihrem Leben, was sie sich gestaltet haben. Äh, Verzeihung, habe ich Leben gesagt, ich meine natürlich die Gärten. Sie fühlen sich wohl in den Gärten, die sie sich selbst gestaltet haben. Und noch was fällt auf, wenn man da so durchspaziert. Nicht nur die Gärten sind total verschieden, sondern auch die Abgrenzungen zwischen den Gärten. Manche der Gärtner haben sich komplett eingezäunt, andere haben gar keine offensichtliche Grenze zu den Nachbarn. Im Garten meiner Großeltern gibt es nicht nur keine Zäune zu den Nachbarn, sie haben mit ihren Nachbarn sogar kleine Wege über die Grundstücksgrenzen hinweg angelegt, sodass man sich jederzeit bequem besuchen kann. Als Kind war das super für mich. Denn auch die Nachbarn hatten Enkelkinder und so konnten wir uns auf einer riesigen Fläche austoben und nicht nur einen, sondern gleich vier Gärten unsicher machen. Das hat damit zu tun, dass ihre Nachbarn alte Arbeitskollegen und Freunde sind, die gerne einen Kaffee zusammen trinken und ein Stückchen Kuchen essen. Man hilft sich gegenseitig, wenn einer der Nachbarn krank oder im Urlaub ist. Dann wird für den anderen auch mal mitgegossen und sollte jemand in der Erntezeit nicht da sein, dann darf man in seinem Garten mit ernten. Mit deinem Leben verhält es sich ein bisschen so wie mit den Schrebergärten. An ein paar Grundregeln musst du dich halten, wenn du keinen Ärger willst. Aber grundsätzlich kannst du in deinem Garten, deinem Leben die Früchte anbauen und ernten, die du am leckersten findest. Wenn du umgeben bist von Nachbarn, die ein ähnliches Nähe-Distanz-Verhalten haben wie du, die in ihrem Garten anbauen und pflücken, was ihnen gefällt und dich in deinem Garten machen lassen, was du für richtig hältst, dann werdet ihr euch wahrscheinlich ganz gut verstehen und beide keinen Anlass sehen, über das Errichten von Begrenzungen nachzudenken. Im Gegenteil, wenn ihr euch mögt, wollt ihr euch vielleicht auch ab und zu zum Kaffee treffen, um euch Tipps zu geben und auszutauschen, was denn jeder so in seinem Garten macht. Ein interessantes Gespräch auf Augenhöhe sozusagen. Im echten Leben sind diese Nachbarn all die Menschen, mit denen du dich wohl und sicher fühlst und von denen du weißt, dass sie niemals und vor allem nicht wissentlich deine Grenzen überschreiten, um dich zu provozieren, zu demütigen, zu ängstigen, die ihren Willen aufzuzwingen oder was auch immer. Und jetzt, wo wir schon ein paar Meter durch die Gartensparte deines Lebens gelaufen sind, stell dir Folgendes vor. Du hast drei Nachbarn um deinen Garten, mit denen alles Tutti ist. Aber einen, der zwar eigentlich ganz okay ist, der aber hin und wieder aus Versehen, aus Versehen, seine Laubabfälle über die eigentliche Grundstücksgrenze zu dir rüberschiebt, weil er zu faul ist, sie selbst zu kompostieren oder so. Dann könntest du ihn nett darauf hinweisen, dass du das nicht gut findest und dass du dir wünschen würdest, dass er da in Zukunft etwas besser drauf achtet, seine Gartenabfälle bei sich zu lassen. Wenn er das tut und deine Grenze respektiert, super, ihr werdet weiterhin viel Kaffee zusammentrinken und Kuchen essen und euch austauschen können. Wenn er es nicht rafft, nachdem du ihn nett auf deine Grundstücksgrenze hingewiesen hast, kannst du dir erste Gedanken machen, wie du es ihm ein bisschen besser verklickern kannst, wo deine Grenze ist. Du könntest ein paar Büsche pflanzen, die diese Grenze symbolisieren. Vielleicht hilft ihm das, sich besser daran zu erinnern, dass hier dein Leben, äh, Verzeihung, dein Gartengrundstück anfängt, in dem du allein die volle Entscheidungsgewalt hast. Wenn er es dann endlich verstanden hat, ist alles gut, denn zwischen den Büschen kann er immer noch jederzeit durchlaufen und einen Kaffee mit dir trinken. Aber es wird ihm jetzt eben ein bisschen leichter fallen zu sehen, wo genau sein Bereich aufhört und deiner anfängt, wo er seinen Laub abwerfen darf und wo nicht. Du siehst also, Grenzen setzen hat nicht nur immer etwas mit Abwehr zu tun, sondern dient auch der Orientierung für die anderen um dich rum. Deswegen komme ich jetzt am Beispiel von Jochen dazu, wie du Grenzen erfolgreich setzen kannst und welche Abstufungen es gibt. Stufe 1 Die ausgesprochene Grenze Du hast Jochen also klar und ruhig gesagt, dass du nicht möchtest, dass er sein Laub zu dir rüberschiebt. Du hast auch deinen Eltern gesagt, dass du nicht möchtest, dass sie weiterhin so mit dir sprechen. Vielleicht läuft es wie geschmiert und Jochen entschuldigt sich, hört auf, dein Grundstück voll zu mühen und respektiert deine Grenzen. Vielleicht reagieren deine Eltern erschrocken, weil sie sich ihres Verhaltens dir gegenüber gar nicht bewusst waren, entschuldigen sich und bemühen sich, weniger vorwurfsvoll oder verletzend mit dir zu sprechen und respektieren deine Grenzen. Ungefähr soweit waren wir ja nach der letzten Episode schon. Sollte diese Stufe nicht ausreichen, dann kommen wir zu Stufe 2 Die gezogene Grenze Möglicherweise nehmen Jochen und deine Eltern dich auf Stufe 1 der Grenzziehung nicht für voll. Jochen und auch deine Eltern sind es gewohnt, deine Grenzen zu überschreiten, ohne dass das für sie je Konsequenzen bedeutet hätte. Und vielleicht wissen beide auch gar nicht so richtig, was du meinst, wenn du mit ihnen über deine Grenzen sprichst. Sie haben ja noch nie sowas von dir gehört. Das ist ja ganz was Neues. Stufe 2 beinhaltet, ihnen Hilfestellung zu geben beim Erkennen und Einhalten deiner Grenzen, indem du sie ihnen aufzeigst. In Jochens Fall könntest du, wie schon erwähnt, eine Linie ziehen oder ein paar kleine Büsche pflanzen. Deinen Eltern kannst du helfen, deine, für sie völlig neuen, Grenzen zu erkennen und zu begreifen, indem du dich liebevoll verabschiedest und gehst. Mit dem Hinweis, dass dir das jetzt gerade zu weit geht oder zu unangenehm ist und du keine andere Möglichkeit siehst, als dich erstmal, für heute, von ihnen zurückzuziehen oder das Telefonat zu beenden, weil sie nicht auf dich hören, wenn du ihnen sagst, dass ihr Verhalten verletzend oder unangenehm für dich ist und stattdessen immer weitermachen damit. Du hast es schon oft gehört von mir. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und reagiert oft mit Argwohn oder Gegenwehr auf ungeplante Veränderungen. Das könnte dir mit Jochen oder deinen Eltern auch passieren. Vielleicht reagieren sie im ersten Moment eingeschnappt oder wütend. Das könnte zum Beispiel dann der Fall sein, wenn Jochen seit 20 Jahren sein Laub in deinem Garten abkippt, du aber noch nie was gesagt hast und deinen Ärger immer runtergeschluckt hast. Oder wenn deine Eltern es schon immer gewohnt sind, dass sie so mit dir reden können, weil das aus ihrer Sicht offenbar nie ein Problem für dich war, zumindestens keins, was du so klar geäußert hast. Es hat lange gedauert, bis du dich dazu durchringen konntest, ihnen die Stirn zu bieten. Und es wird wohl auch eine Weile dauern, bis Jochen oder deine Eltern verstehen und akzeptieren, dass sie von nun an keine Wahl mehr haben, ob sie vernünftig mit dir umgehen wollen oder nicht. Also, rechne erst mal damit, dass sie noch ein-, zweimal probieren werden, deine Grenzen zu überschreiten, bis sie checken, dass du standhaft bleibst und ihnen das nicht mehr durchgehen lässt. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie auf diese Erkenntnis, dass du ihnen das wirklich nicht mehr durchgehen lässt und dich jedes Mal lieb und ganz ruhig aber bestimmt verabschiedest, wenn sie es wieder probieren, im ersten Moment mit Wut, Angst oder Trauer reagieren. Überleg mal. Nach so vielen Jahrzehnten sind sie, dadurch, dass du dein Verhalten änderst, indem du dir nicht mehr alles gefallen lässt, plötzlich und unerwartet gezwungen, auch ihr Verhalten zu ändern und anzupassen. Deswegen brauchen sie jetzt Raum, denn sie müssen ihre Wut, ihre Trauer oder ihre Angst über diesen Kontrollverlust erst mal verdauen und sich dann auch noch überlegen, wie sie sich in Zukunft verhalten sollten, damit sie nicht dauernd an deine Grenzen stoßen und wohin sie ihren eigenen Frust, ihre Zweifel, ihren Kontrollwunsch schieben, wenn das bei dir nicht mehr klappt. In anderen Worten, Jochen muss sich erstmal zurückziehen, sich etwas ärgern, weil er sein Laub nicht mehr bei dir los wird und, wenn er sich damit abgefunden hat, googeln, was er stattdessen damit machen soll. Stufe 3 Die gesicherte Grenze Dieser Schritt wird nur dann notwendig sein, wenn deine Eltern stur bleiben und auch nach mehreren Anläufen nicht akzeptieren, dass du ihnen Grenzen setzt. Wenn sie auch, nachdem du mehrmals gegangen bist oder aufgelegt hast, einfach weitermachen mit ihren Ansprüchen, ihren Vorwürfen und so weiter. Wenn du das Gefühl hast, dass sie deine Grenzen umso mehr überschreiten oder gar einreißen wollen, seit sie gemerkt haben, dass du besser auf dich achtest und dir nicht mehr alles gefallen lässt. Wenn sie bewusst oder unbewusst glauben, dass es dir nicht darum geht, Grenzen zu setzen, sondern darum, Machtspielchen zu spielen und Recht zu behalten. Grenzen zu setzen hat nichts mit dem Ausspielen von Macht oder Bestrafung zu tun. Hier komme ich zu dem großen Unterschied zwischen Machtspielchen und dem Grenzen setzen. Wenn du möchtest, dass er das Laub nicht bei dir abkippt, setzt du ihm Grenzen, mit Büschen oder in welcher Form auch immer, je nachdem, was nötig ist, damit er sie nicht vergisst. Wenn du ihn nämlich bestrafen oder ein Machtspiel daraus machen willst, gehst du da ganz anders ran. Du versuchst dann nicht, ihm zu sagen, wo deine Grenze ist, sondern ihn persönlich zu treffen oder ihm Schaden zuzufügen, damit er mal sieht, was er davon hat, wenn er dich nervt und ständig sein Laub bei dir abwirft. Das könntest du machen, indem du in dem Moment, wo er das Laub abkippt bei dir, kommentierst. Das war ja mal wieder klar, der Jochen, der nicht mehr weiß, wo die Grundstücksgrenze verläuft. Deine Frau kann echt froh sein, dass du abends überhaupt noch den Weg in deine Wohnung findest. Oder du könntest ihm auflauern und in dem Moment, wo er sein Laub bei dir abkippen will, einen großen Anlauf nehmen und ihn kräftig rammen mit den Worten, das ist dafür, dass du deinen Laub nicht im Griff hast. Und jetzt? Jetzt seid ihr beide richtig schlecht drauf. Jochen wird weiterhin sein Laub bei dir abkippen und du könntest ihn ewig weiter beschimpfen oder bekämpfen, bis einer von euch zu Boden geht und die größere Macht gesiegt hat. Aber Kaffee trinkt ihr dann ganz sicher keinen mehr zusammen. Denn wenn Jochen sich von dem ersten Schreck erholt hat, nachdem du ihn angerempelt hast, weil er mit seinem Laub so nervt, wird er aufstehen, sich den Dreck von der Hose klopfen und zum Gegenschlag ausholen. Denn er ist überzeugt davon, dass das eben ziemlich fies war von dir und will sich die Macht über die Situation zurückholen. Also kippt er noch mehr Laub zu dir rüber oder, wenn er es dir so richtig zeigen will, wirft dir die Kacke seines Hundes auf den Rasen in Zukunft. Und dass du eigentlich einfach nur keine Gartenabfälle von ihm in deinem Leben, ähm, Quatsch, auf deinem Gartengrundstück willst, wird Jochen vielleicht bis zum Ende seines Lebens nicht begreifen. Das ist in etwa auch das, was passiert, wenn du im wahren Leben keine Grenzen setzt, sondern dich auf endlose, psychologische Machtspielchen mit deinen Eltern oder wem auch immer einlässt. Du willst dich vielleicht nur wehren in diesen Momenten, oder andere bestrafen dafür, dass sie Dinge sagen oder tun, von denen du dich verletzt oder bedroht fühlst, und zwar so lange, bis sie von selbst darauf kommen, dass sie etwas falsch gemacht haben oder zumindest klein beigeben. Und häufig ist das die bittere Realität, in der sich viele von Burnout-Betroffene wiederfinden. Das Gefühl, dass die immer gleichen Diskussionen, Anschuldigungen, Ansprüche und Angstprojektionen, die von den eigenen Eltern kommen, nur dann ein Ende haben werden, wenn alle einer Meinung sind, nämlich der der Eltern. Oder wenn einer von beiden seinen Standpunkt aufgibt, also eigentlich du. Und daraus entstehen dann diese Machtkämpfe, denn niemand lässt sich gerne in die Knie zwingen. An dieser Stelle, jetzt, wo du Jochen kennengelernt hast und ich den Unterschied zwischen Grenzensätzen und Machtspielchen erläutert habe, lass mich nochmal wiederholen, was ich ganz am Anfang dieser Folge gesagt habe. Jeder Versuch, ihnen deine Ansicht, deinen Weg, ihre Fehler zu erklären, sie zu zwingen, endlich einsichtiger zu sein, wird nicht nur scheitern, sondern dich endlos viel Energie kosten, die einfach verpufft und nicht zu dir zurückkommt. Zumindest nicht als gute Energie. In meiner Arbeit ist mir Folgendes aufgefallen. Den meisten von Burnout-Betroffenen geht es gar nicht darum, die eigenen Eltern zu verändern, zu verbiegen, zu bestrafen. Alles, was sie wollen, ist Qualitätszeit mit der Familie. Also ein Zusammensein, bei dem sich alle Beteiligten wohlfühlen, sich zuhören, austauschen, gemeinsam lachen. Bei sehr sturen, schwierigen Eltern, wo Stufe 1 und 2 nicht gegriffen haben, ist diese Stufe 3 das Mittel der Wahl, um diesem Wunsch etwas näher zu kommen. Stufe 3 bedeutet, einen Zaun an der Grenze zu Jochens Grundstück zu ziehen. Denn das ist eine Form der Grenze, die ihn nicht nur daran erinnert, dass hier sein Leben, äh, sein Grundstück aufhört und deins anfängt, sondern auch eine Form der Grenze, die dafür sorgt, dass er sich wirklich keinen Zutritt mehr zu deinem Garten verschaffen kann, wenn du das nicht möchtest. Wenn Jochen weder auf deinen Wunsch, sein altes Laub nicht gegen deinen Willen immer wieder auf dein Grundstück zu schmeißen, noch auf das klare Aufzeigen deiner Grenzen mit kleinen, deutlicheren Mitteln, wie den Büschen, die du gepflanzt hast, reagiert und damit ständig die immer gleiche Situation provoziert, verlierst du wieder viel zu viel Energie. Denn auch das wird zum Endlosspiel. Und dasselbe gilt natürlich auch für deine Eltern. Es ist nicht Sinn der Sache, dass du ihn auch nach Monaten des Sich-Abgrenzens immer noch dreimal wöchentlich über deine Grenzen aufklären musst, ebenso, wie es nicht Sinn der Sache ist, dass du nach drei Monaten der Abgrenzung von übergriffigen Eltern immer noch dreimal wöchentlich darauf hinweisen musst, dass sie zu weit gehen mit ihrem Verhalten. Wenn du dir also diese Energie sparen willst und trotzdem Qualitätszeit mit Jochen oder deinen Eltern verbringen möchtest, kann es hilfreich sein, einen Zaun anzubringen mit den Worten Ich freue mich, dich zu sehen, aber in Zukunft ist es mir lieber, wenn wir uns nur in meinem Garten treffen, wenn wir uns vorher verabredet haben, weil ich mich gestresst fühle, wenn du ständig einfach so dein Laub bei mir abkippst. Oder wenn es um deine Eltern geht Ich freue mich, euch zu sehen und Zeit mit euch zu verbringen. Da wir häufig Konflikte haben, glaube ich jedoch, dass es besser ist, wenn wir uns etwas seltener treffen als bisher, weil ich denke, dass wir alle diese Treffen dann etwas mehr wertschätzen und die gemeinsame Zeit zu kostbar sein wird, um sich ständig zu streiten. Die Rechnung ist ganz einfach. Lieber treffe ich meine Eltern zweimal im Monat oder einmal im Monat oder einmal im halben Jahr, je nachdem, was nötig ist, und habe eine gute Zeit mit ihnen, die wir beide genießen und uns danach mit warmen Herzen voneinander verabschieden, als dass ich sie zweimal pro Woche treffe und wir uns beide danach eigentlich schlechter fühlen als vorher, weil wir wieder nur gestritten haben und eine Verletzung auf die andere folgte. Das Prinzip ist ein bisschen wie das in der Werbung. Wenn etwas seltener oder limitiert ist, wird es wertvoller und die Motivation, sorgsam damit umzugehen, steigt. Und ich wiederum bin jetzt schon total motiviert für das Mantra der Woche. Jochen, bis hierhin und nicht weiter. Sich abzugrenzen fällt den meisten Burnout-Betroffenen gerade am Anfang sehr, sehr schwer. Daher ist es wichtig, wenn du anderen Grenzen setzen willst, dass du dir Zeit nimmst dazu. Denn die ersten Reaktionen deines Umfelds könnten anstrengend werden. Was zählt, sind eine gute innere Vorbereitung und viel Geduld. Du willst dich nicht aus der Reserve locken lassen, wenn dein Gegenüber heftig reagiert und sich erst einmal gegen diese Neuerung in eurem Verhältnis streut. Vielleicht werden auch in dir Gefühle wach, wie zum Beispiel Angst, sich abzugrenzen oder Wut, wenn du merkst, dass deine Grenzen wissenlich ignoriert werden oder Trauer darüber, dass Menschen, die du so sehr liebst, sich so wenig bemühen, deine Grenzen zu respektieren. Diese Gefühle lohnt es sich anzugucken. Denn dann kannst du sie für dich auflösen und hast es bei der nächsten Begegnung ein bisschen leichter. Dazu kannst du dir nochmal Folge 2, 3, 4 und 5 der aktuellen zweiten Staffel anhören. Denn das Wichtigste, wenn du dich erfolgreich abgrenzen willst, ist, dass du das glaubhaft tust und standhaft bleibst, damit diejenigen, von denen du dich abgrenzen willst, auch begreifen, dass sie mit ihren alten Verhaltensmustern keine Chance mehr bei dir haben, egal wie laut und lange sie dagegen protestieren. Und dass du dich in endlos Diskussionen nicht mehr reinziehen lässt, egal wie hartnäckig sie es versuchen. Ein kleiner Trost. Deine Eltern wollen wahrscheinlich wirklich einfach dein Bestes. Aus ihrer Position können sie nur nicht verstehen, dass etwas mehr Abstand von ihnen im Moment das Beste für dich ist. Und hier noch ein kleines Geheimnis. Ich habe tatsächlich Menschen getroffen, die den Kontakt zu ihren Kindern abgebrochen hatten, um sie zu bestrafen oder zum Umdenken zu zwingen. Manche von ihnen waren sogar auch nach Jahren der Funkstille zu stolz, um ihre Verbitterung über die Lebensweise ihres Kindes loszulassen und haben bis zu ihrem Tod unter sich selbst und ihrer Sturheit gegenüber ihrem Kind gelitten. Auch wenn ihnen selbst es vielleicht gar nicht bewusst ist. Deine Eltern lieben dich aus tiefstem Herzen. Egal wie du bist oder was du tust. Es sind deine Eltern. Es liegt in ihrer Natur. Sie können gar nicht anders, als dich zu lieben. Wenn du selbst Kinder hast, weißt du das. Sie haben keine Wahl. Und nichts, was du tust, wird daran je etwas ändern, auch wenn sie noch so sehr versuchen, dir das Gegenteil weißt zu machen. Das Thema Abgrenzung anzugehen, ist eine der größten und vielleicht auch schwierigsten Herausforderungen, die der Burnout-Prozess an dich stellt. Die letzten beiden Episoden waren auch für mich wohl mit Abstand die schwierigsten, die dieser Podcast je hergeben wird, weil dieses Elterenthema so ein sensibles Thema ist. Der Tag, an dem die nächste Folge erscheint, also Donnerstag in zwei Wochen, wird ein besonderer Tag sein. Denn dann kommt nicht nur die neue Episode raus, die so viel entspannter sein wird, als die letzten zwei Folgen, sondern auch mein Buch zum Podcast und mein Online-Kurs. Zur Feier dieses Tages und weil es in meinem Online-Kurs darum geht, wie du deinen ganz eigenen roten Faden aus deinem Burnout und die Dinge, die dir persönlich am besten helfen findest und sie dann auch noch umsetzt, ist die nächste Folge inhaltlich an ihn angelehnt. Ich werde dir ein bisschen was über das richtige Timing auf dem Weg aus dem Burnout erzählen und wie du herausfinden kannst, wann ein guter Moment für Veränderungen ist und wie du sie so energiesparend wie möglich umsetzen kannst. Ich bin mega aufgeregt und ich freue mich total drauf. Also bis dahin. Bleib immer bei dir und pass gut auf dich auf. Deine Susi Deine Susi Deine Susi